Ja und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play City Skylines auf dem Kanal von KaffeeBachLP mit mir, dem Gurubai. In der letzten Folge haben wir hier natürlich ein bisschen weiter gemacht. Die Hickoryhöhen und so weiter und so fort, das Erzgebiet. Alles, wie es sein soll. Aber hier unten gibt es noch ein paar neue Gebiete, beziehungsweise hier hinten sogar noch der Hamilton Park. Den werde ich jetzt umbenennen. Es gab ein paar Vorschläge und zwar Gorienbach. Und so heißt das hier. Und das Mühlenviertel wird jetzt auch unbenannt in Becherberg. So, das waren eure Vorschläge. Einige eure Vorschläge auf jeden Fall oder zwei eure Vorschläge. Über weitere Vorschläge würde ich mich natürlich sehr freuen. Weil es wird auch immer wieder neue Möglichkeiten geben, sich hier zu verewigen. So, hier müssten die, müssten da eigentlich hinfahren können. Sollte eigentlich kein Problem sein, da die Toten abzuholen. Hier ist jetzt immer noch so ein krasses Problem irgendwie. Das liegt glaube ich daran, dass hier, da ist doch keine Einmalstraße. Wo wollen die denn jetzt hin? Können wir das einmal sehen? Oh, die wollen so fertig in verschiedenen Stellen. Die müssen schon quasi in den Kreisweg hier rein. Da könnte man, könnte man gar nichts eigentlich machen. Ich glaube, das ist schon so, wie es ist. Es ist schon das Beste. Das Einzige, was man machen könnte, ist, dass die hier nicht auch noch darüber müssen. Also, ähm, ich stelle mir das ungefähr so vor. So, dann müssen die jetzt einmal kurz in den Kreisweg hier. Ähm, noch nochmal so allgemein. Jetzt wird das natürlich nochmal ein bisschen Stau geben. So wollte ich das natürlich nicht. Aber, wenn ich hier jetzt, die Straße, drüber geht. Pass auf Leute, ich zeige euch das mal, wie ich mir das so gestellt habe. Also, ist sie mir jetzt so letztens gekommen, die Idee. Und wenn es dann passen würde, dass es hier irgendwie runter geht. Das wäre so gut gewesen. Vielleicht sollte es nicht so lang sein. Vielleicht sollte nur, sollte das nur bis hier gehen und dann sollte es runter gehen. So. So, und dann kommt hier der Traffic Manager hin. Die Leits werden wir wegswitchen. Dafür werden wir hier dann Vorfahrt gewähren, weil die haben Vorfahrt. So. Dann sollte das hier kein Problem mehr sein und das hier sollte auch kein Problem mehr sein. Also, machen wir mal los. Vielleicht hilft das jetzt. Mit der Idee bin ich jetzt mal so spontan gekommen. Beziehungsweise die Idee ist mir so spontan gekommen. Dann überspringen sie halt das Stück hier, wo sie sonst durchfahren würden. Ich glaube gerade gibt es noch so ein paar Probleme, weil gerade keine LKWs kommen. So. So. Hier. Direkt da hoch. Läuft ein wenig flüssiger. Man könnte eventuell sogar das hier lassen und dann einfach direkt so machen. Äh, das mach ich mal sogar. Dass sie dann nicht noch erst in den Kreisverkehr fahren müssen, sondern dass sie da gleich hochfahren können. So. Können die gleich direkt da hoch. Dann sollten die da keine Probleme haben. Dann sollte das ein bisschen für Entlastung sorgen sogar. Bin ich mal gespannt, ob das wirklich so ist. Da fährt jetzt gerade gar keiner hoch. Das ist natürlich schade. Was ist dein Problem hier? Die Steuern sind zu hoch. Das ist schade. Das ist wirklich schade, weil das Gebiet hier leider auch nicht zu Verkauf stand. Also tut mir wirklich leid, dass wir das hier abreißen müssen. Franks Gummi für Stäbchenfabrik. Und es ist einfach nur ein Silo. Manchmal komme ich mir echt geschissen vor mit diesem Namen. Ähm, hier immer noch großer Stau. Keine Ahnung, wie wir den verbessern sollen. Und sonst, das wird jetzt hier noch gut angenommen eigentlich. Sind da jetzt doch noch Ampeln? Ich habe doch gesagt, hier sollen keine Ampeln sein. Leute. Ampeln nicht da stoppen. So ist das richtig. Aber Ampeln wollen wir da nicht. Keine macht den Ampeln. Scheint ganz gut zu funktionieren, das hier. Hier wollen sie irgendwie da raus und da wieder rein. Was ist das denn für eine komische Anwandlung? Ach ne, die wollen einfach nur auf die Autobahn hier. Während die halt da raus wollen. Gut, wie ist das denn, wenn wir hier die nicht haben, sondern einfach nur... Äh, jetzt ist es zu hoch. Sondern nur die hier. Geht das nicht auch? Sind da natürlich auch wieder Ampeln. Dass das nicht von vornherein geklärt ist, dass da keine Ampeln sind. Aber dass die hier auch nochmal die Vorfahrt achten. Dann sollte das da auf jeden Fall nicht für viel Stau sorgen. Und hier... Gut, den könntest du dann halt die Vorfahrt geben. Weiß aber nicht, wie cool das ist. Das hier ist auf jeden Fall jetzt uncool. Dass hier jetzt so viel Stau ist. Es ist auf jeden Fall eine Entlastung. Aber es verteilt das Problem einfach nur. Oh, da wird viel gedespawnt. Wie das Spiel ist ja gerne automatisch macht. Das war also scheinbar nicht so geil. Wie ich mir das hier vorgestellt habe. Die fahren da einfach... Quietscht wie die hier ein. Wo wollen die hin? Du willst da rüber, okay. Und wo wollen die Leute im Durchschnitt hin, die jetzt hier noch stehen? Da, also es muss... Es muss schon so sein, irgendwie. Das einzige, was man machen könnte, wäre, dass die Straße hier lang geht, sodass die dann gleich auf der Hauptstraße sind. Wobei das hier ja auch eine Hauptstraße ist. Aber leider ohne Anbindung an das Zeug. Also hier, das können wir mal abreißen. Endlich keine Müllverbrennung mehr auf der Seite. Dafür hier Platz für Industrie. Die sich da gleich ansiedeln kann. Und wir brauchen natürlich noch mehr Bürger und mehr Läden und so weiter und so fort. Darum kümmern wir uns dann hier. Das mit dem Stau, es läuft ja trotzdem. Ist auch fies, das sozusagen, ne? Es läuft ja auch, aber trotzdem... Ähm... Wollen wir das doch nicht. Was ist hier euer Problem? Ne, du nicht. Nicht genug Rohstoffe. Die kommen einfach nicht schnell genug rüber, die Rohstoffe. Also hier läuft es ja überall. Hier gibt es ja keinen Stau. Nur noch... Ähm... Hier so ein bisschen. Aber das ist jetzt auch nur noch... Sagt er nur noch hier so ein bisschen. Und dann ist hier müllste Staub. Aber es sieht auch nur so gefährlich aus, glaube ich. Das ist auch hauptsächlich, weil hier die Straße immer noch so klein ist. Warum habe ich die denn eigentlich nie... Nie verbessert, weil hier so viele Sachen sind, ne? Aber es zählt halt als Hauptstraße. Das wird es immer haben. Und die muss eigentlich... Das muss eigentlich gemacht werden. Ne, da will ich ja auch nicht die hohen Häuser hinbauen. Was steht hier denn alles? Hier steht... Hier steht ein Krankenhaus. Ein Park. Eine Polizeiwache. Und das war es eigentlich. Und auf der Seite hier steht noch die Oberschule. Krass. Das sind auf jeden Fall viele Sachen, die hier dann umgelegt werden müssen. Die Oberschule könnte ich hier rüber machen. Und hoffen, dass es dann... Vergrößert werden kann. Die Polizeiwache stelle ich auch einfach um. Das hier stelle ich auch einfach um. Komm, was soll's. Und dann könnte man die Straße hier eventuell sogar... Dann verbessern. Nein, der Park ist noch im Weg. Gut, der Park halt. So. Und die Oberschule sogar noch. Immer noch, auch wenn sie da... Ähm... Weggekommen ist. Dann da. So. Und jetzt hier... Upgrade Reno. Gut. Das passt dann natürlich wieder nicht. Aber dann können wir sie da umsetzen. Warte mal. Äh... Hier hin. So. Können wir sie drehen. Da. Und dann kann das hier alles upgradet werden. Und hier wollen wir... Wo wir Märkte hinhaben, ne? Schön Märkte, so wie sich das gehört. Wenn wir hier hohe Wohnhäuser haben. Gut. Das passt ja ganz gut. Das wird auch gleich direkt angenommen. Und wird vielleicht... Vielleicht... Äh... Ja, für ein wenig Entlastung sorgen. Das so wie... Die Straße da in... In der Mitte hier. Aber das ist ja auch nur eine Seitenstraße. Guti. Hier ist noch viel Platz zwischen. Aber das... Lassen wir mal so wie es ist. Hier so die... Die Vorstadt. Das sind aber auch... Das ist schon bald keine Vorstadt mehr. Das ist schon... Das ist schon bald zu krass. Ähm... Das hier verliert seinen Gebietsstand. So... Und wird dann zu Hochhäusern. Man muss ja auch mal modernisieren. Ähm... Das finden die Leute natürlich nicht so geil, aber... Was willst du machen, dann? Fortschritt... Erfordert auch... So, dass das mal ein bisschen gut aussieht. Oh, was ist hier los? Geringer Bodenrichtwert. Was ist denn da los? Wieso? Äh... Ne... Das hier war der Bodenrichtwert, ne? Da ist er doch... Okay. Das ist natürlich auch ein bisschen geringer. Wenn ich das hier an der... An der Windmüll... Kriege ich da einen höheren Bodenrichtwert? Oder muss ich dann einfach nur hier... noch einen kleinen Park ranhängen? Ihr habt da doch zwei Pärke... Parks. Platz mit Bäumen. Hilft direkt, dass die Häuser sich upgraden. Hier sind ja kleine... Ähm... Kleine Häuser... Hingekommen. Kleine Hochhäuser. Bin ich mal gespannt. Ob das so Abhilfe leistet? Ob das so Abhilfe hilft? Da bin ich mal gespannt. So. Ich wollte ja immer noch mal ein neues Gebiet hier erschwingen. Oder erschließen. Und hier drüben sollte ich das Gebiet auch noch verbessern. Ach, es gibt so viel... So viel Kram, den ich noch machen muss. Den ich auch noch machen möchte. Lassen einfach noch mal eine kleine Straße hier durchlaufen. Eine kleine große Straße. Ähm... Und zwar... Wird die... Hiervon abgehen. Und dann wird die... Hier so laufen. Ne, so wollte ich das eigentlich nicht haben. Das kann schon... Schon ruhig... So anwenden. So wollte ich das haben. Und dann... Komm ich hier nämlich... Und das wird jetzt so fortgeführt. Mal was anderes. Mal so bogenmäßig. Und hier drin dann halt einen klitzekleinen Bogen. So. Das sieht doch schon mal ganz cool aus. Regeln wir das gleich mal nochmal mit den Parks dazwischendrin. Da ein schicker Park. Da ein schicker Park. Hier ein schicker Park. Hier ein schicker Park. Und ein... Krankenhaus. Wobei. Da sogar eins. Da. Da. Da sogar eins. Das sollte eigentlich reichen. Aber vielleicht ein Krematorium noch nebenbei. Passt das irgendwie... Da hin. Und Feuerwehr. Passt auch. Das einzige, was halt nicht passt, ist hier nochmal vielleicht eine kleine Grundschule hin. Die Oberschule passt. Die Universität passt auch noch. Und dann können wir auch gleich die U-Bahn-Station auch immer dahin machen. Also hier auf der Seite passt das alles nicht hin da. Da kommt eine hin und hier hinten kommt man eine hin. Können wir gleich alles miteinander verbinden hier. Und... Sowohl da... als auch da... als auch... Ah, das wäre schön gewesen, da ins Kreuz. Hier zum Stadion müsste eigentlich auch nochmal eine führen. Können wir da nicht was regeln hier? Da. Zum Stadion. So, die hier führt dann mal einfach zum Stadion noch. Die hier auch. Und die führt dann außerdem nochmal hier hin. Nee, da passt sie nicht hin. Aber die blaue Linie passt da hin. Und... Okay, das passt auch nicht. Gut, dann fährt einfach hier eine mal lang. So. Das verbinden wir alles miteinander. Die Haltestelle hier hinten und dann zurück. Und außerdem verbinden wir die hier mit dem Stadion. Der. Und da. Und da. Und da. Und dann... Öh, hier oben wieder hin irgendwie. Gehen wir da nochmal hin. Und dann da wieder hin. So. Fährt alles wie soll. Sitz, passt, wackelt, hat Luft. Die haben alle keinen Strom. Das ist natürlich... Das ist natürlich traurig. Ähm. Setzen wir dann hier... nochmal ein paar Läden hin. An die Seite. Wie sich das gehört. Hoffen wir mal, dass die direkt angenommen werden. Oh, 18 Minuten geht die Folge schon. Leute, ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Ähm. Ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Ähm, ich hoffe, ich habe das hier jetzt. Gut, es gibt immer noch viel Chaos hier. Aber eventuell entlasse das auch schon ein bisschen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bäh. Schaltet mal in der nächsten Folge wieder ein. Bis dahin. Wobei es mal schon.